Ich dachte, mein Name ist Amsel, Anselm Amsel. Ich bin hier der Conféroncier. Sie wissen schon, willkommen, bienvenue, welcome. Und da ist er schon, der Starr des Abends. Leider schon wieder weg. Jetzt aber Applaus für den unvergleichlichen, wenn auch ein wenig verfressenen Eitelbert von Eich ohne Horn. Seine Lieblingsdisziplin, er ist Weltmeister im Speed Nüsse klauen. Eigentlich wollte ich ja jetzt zwischendurch einmal einen Witz erzählen, aber Sie sehen es ja selbst. Tegla Taube hält sich mal wieder nicht ans Drehbuch und ans Programm. Und jetzt ruht sie auch noch ihre nichtsnutzige Zwillingsfress da, Tilli Turtel, auf die Bühne. Ja, ja, Tilli, wenn du schon mal da bist, zeig dich wenigstens von deiner besten Seite. Nicht immer nur Picken, Picken, Picken. Und hier der Höhepunkt der Show. Eitelbert lässt eine ganze Nuss und hört an sich selbst verschwinden. Die Kla Taube nutzt die Kunstpause des Artisten von Eich ohne Horn auf ihre ganz besondere, kopffüllende Weise. Das kann sie sich in Pose schmeißen und Picken, Picken, Picken. Und Minna Meise, man sieht sie kaum, kassiert schon mal ihr Honorar, bevor das Buffet abgeräumt hat. Und hier der Höhepunkt der Höhepunkt.